Das Einfamilienhaus hat so ein bisschen den Status vom Schnitzel. Man lässt es sich nicht gern wegnehmen, da fühlt man sich gleich bedroht. Ich bin Franziska Zeudl, ich bin im Immobilienressort beim Standard und ich beschäftige mich mit dem Bauen und dem Wohnen. In Österreich gibt es so circa 2,2 Millionen Ein- und Zweifamilienhäuser und so rund ein Drittel der Bevölkerung lebt in dieser Wohnform. Das war in den letzten Jahrzehnten recht einfach. Grundstücke waren günstig, Kredite waren besonders in den letzten Jahren auch günstig und beim Einfamilienhausbau hat jeder mit angepackt. Daraus ist dann diese Vielzahl an Einfamilienhäusern entstanden, die sich so rund um die Orte in Siedlungen angesiedelt haben. In anderen Ländern wie Deutschland ist das Einfamilienhaus auch eine beliebte Wohnform, aber dort war man schon seit sehr langer Zeit raumplanerisch strenger. Man sieht das dann in Luftaufnahmen von Deutschland und Österreich. Also in Österreich sind die Gemeinden eher so zersiedelt und so ein bisschen aus der Form geraten. In Deutschland ist das strenger begrenzt, wo man bauen darf und wo nicht. Immer wenn man Häuslbauerinnen und Häuslbauer fragt, warum sie sich das antun, es ist ja auch viel Arbeit, dann kommt früher oder später diese Antwort, ich bin selber so aufgewachsen und ich will, dass meine Kinder genauso schön haben. Also das ist ganz tief in uns drinnen, dieses Ideal. Das wird uns auch in Werbungen vermittelt. Wir wachsen damit auf, dass das einfach die schönste Wohnform überhaupt ist. Es gehört da sicher zu den Motiven auch dazu. Man will sich etwas schaffen, man will so nach seinen eigenen Vorstellungen sich etwas aufbauen. Und auch ein häufiger Grund ist, man will so viel Abstand wie möglich von den Nachbarinnen und Nachbarn. Also man will nicht, dass einem die auf die Pelle rücken. Ein Grund ist sicher auch, dass besonders im ländlichen Raum oft einfach keine Alternativen bekannt sind zum Einfamilienhaus. Also es ist so die einzige gängige Wohnform, die es gibt. Und darum baut man sich halt auch wieder ein Einfamilienhaus. Das Problem am Einfamilienhaus ist, dass es keine sehr nachhaltige Wohnform ist. Raumplanerinnen und Raumplaner sagen immer, das beste Einfamilienhaus ist das, das nicht gebaut wird. Es gibt da nämlich so mehrere Probleme. Einerseits sind die Einfamilienhäuser in den letzten Jahrzehnten sehr oft so außerhalb der Ortschaften entstanden. Und diese Zersiedelung hat ein Mobilitätsverhalten begünstigt, das auf das Auto fixiert ist. Wir kennen es alle. An den Ortsrändern sind in den letzten Jahrzehnten riesige Einkaufszentren entstanden, in die alle mit dem Auto zum Einkaufen fahren. Und gleichzeitig sind die Ortskerne ausgestorben. Ein weiteres Problem des Einfamilienhauses ist der Bodenverbrauch. Das ist in Österreich mittlerweile eh bekannt. Wir sind der Europameister. Wir verbrauchen viel zu viel Boden. Bei uns sind es 12 Hektar pro Tag. Das Ziel wären 2,5 Hektar. Und das Problem mit den Einfamilienhäusern ist nicht nur, dass die Häuser selbst diesen Boden versiegeln. Also quasi da stellt man was drauf, das betoniert man zu. Da kann der Regen nicht mehr versickern. Sondern auch die dazugehörigen Straßen und die Infrastruktur dieser Siedlungen versiegelt weiteren Boden. Das Problem mit dem Bodenverbrauch wird uns noch viel, viel mehr beschäftigen, wenn die Folgen des Klimawandels offensichtlicher werden. Zum Beispiel Starkregenereignisse werden zunehmen. Und wenn viel Boden versiegelt ist, dann kann der nicht mehr so gut versickern und es kommt zu Überschwemmungen. Man sieht, einerseits ist es so der Wunschtraum der Österreicherinnen und Österreicher. Und andererseits ist es halt eine nicht sehr nachhaltige Wohnform. Also es ist ein sehr heißes Thema. Die Regierung hat im Februar ein Wohnbaupaket präsentiert. Damit will sie auch den Häuslbauerinnen und Häuslbauern unter die Arme greifen. Es gibt zum Beispiel günstigere Darlehen in einer Höhe von maximal 200.000 Euro mit einer Verzinsung von 1,5%. Das ist aber jetzt nicht an irgendeine nachhaltige Bedingung geknüpft. Also das heißt, das kann sich jeder abholen. Womit man so ein bisschen in Richtung Nachhaltigkeit die Leute lenken könnte. Es gibt in einigen Ländern Förderungen, wenn man zum Beispiel im Ortskern saniert. Was es aber wirklich brauchen würde, wäre die Bodenstrategie. Die hat die Regierung schon vor langer Zeit angekündigt, immer wieder vertagt. Darin wären einmal fix festgeschrieben, wie viele Hektar man pro Tag versiegeln darf. Die Zielvorstellung in Österreich sind 2,5 Hektar. Davon sind wir sehr weit entfernt. Und es wäre darin auch festgeschrieben, wie viel davon welches Bundesland versiegeln dürfte. In Zukunft werden wir sehr viel kompakter wohnen, denke ich. Denn auch wenn die Regierung jetzt eben versucht, Häuslbauerinnen und Häuslbauern ein bisschen unter die Arme zu greifen, es bleibt weiterhin sehr teuer, sich ein Haus zu bauen. Ich denke, dass wir in Zukunft Wohnformen wie ein Atriumhaus oder Reihenhäuser noch viel, viel häufiger sehen werden und dass das Sanieren im Bestand eine größere Rolle spielt und dass es da sehr viele spannende Projekte, noch mehr als es jetzt schon gibt, geben wird, weil Häuser sind ja genug vorhanden in unserem Land. Ich denke, dass wir in Zukunft sind. Vielen Dank.